Wir machen 20 mal 84 Plus Packs auf. Wir hatten jetzt schon ein paar 82 Plus Packs, die waren okay. Die 84 Plus Packs sollen richtig gut sein. Ich habe eins gesehen auf, ich glaube, Twitter. Da waren vier World Cup Heroes drin. Wir starten mit The Dude. Er wünscht sich Völler. Mascherano wäre vielleicht sonst auch eine Idee. Wobei, er braucht ja die Liga-Spieler. Ne, also generell ein IV. Cavalio vielleicht auch ganz cool. Zehn Tokens muss man dafür abgeben. Ich weiß nicht, wie gut, wie schlecht die sind. Ist schon viel Zehn Tokens, ehrlich. Aber im ersten Kriegen war ein World Cup Hero. Ja, ja. Ja, aber es war ein World Cup Hero. Und nicht Campos. Aber alle außer Crouch und Campos sind immer richtig gut. Zwei Meter, Peter. Haben wir sonst noch was? Schröniger. Wie toll ist der noch? Okay, kostet noch 30k. Können wir uns alle wieder beruhigen. Ist bald Vorderpreis. und Plater und Ederson. Also Hero. Zwei, drei, vier, fünf Walkouts. Eine Inform. Und eine Pass-to-Glory-Karte. Saftig knackt. Bist du ein Bayern-Fan? Ich bin ein Bayern-Fan, ja. Was sagst du zum Spiel am Wochenende? Ihr habt euch schon gut geschlagen. Also es war... Es war nicht so schlimm wie sonst immer. Es war nicht so schlimm wie sonst immer. Man muss schon sagen, dass die Bayern gefühlt ein bisschen auf der Bremse gespielt haben. Aber es war schon gut. Wie meinst du das jetzt? Meinst du, die hätten sonst höher gewonnen oder was? Ja, die wollten sich halt, glaube ich, alle nicht verletzen jetzt vor der WM. Aha. Das gibt ein Gold-Walkout für die Aussage. Das gibt ein Gold-Walkout. Okay, viel Glück. Let's go. Das ist nicht gut. Doch, Theo. Das ist... Nee. Nee, das ist Diaby. Oh Gott. Ich dachte immerhin Theo. Ich dachte... Ich habe gar nicht an Diaby gedacht. Ups. Hm. Kann Tee... Also ich meine, das... Ja. Wie viele Walkouts sind? Sieben, ne? Plus... Oh, neun Walkouts. Ganz ehrlich, aber... Du hast natürlich keine guten Spiele, aber neun Walkouts finde ich schon echt nicht schlecht. Kleider Loris. Nächstes Team von Noah. Muss ich sagen, T-Name ist schon... T-Name ist schon wirklich grandios. Verstehe ich aber gar nicht. Loris ist doch... Ist doch relativ groß eigentlich. Aber... Ja. Lassen wir einfach mal so dahingestellt. Hier ist das Team. Zieh dann mal durch. Coole Truppe. Rabiot auf... Auf Lengthy. Monty mit einem Schatten. Gräuterführtwappen. Schauen wir mal. Ins dritte rein. Also ein Workout hier. Einmal nicht. Und... Oh, passt du Glory. Gnabry. Cool. Nicht viel wert. Aber trotzdem cool. Finde ich cool. Finde ich cool. Was haben wir sonst noch? Delaney. Oerling. Lorente. Magnon. Ein Workout. Zwei, drei, vier Gold-Walkouts. Delaney und Gnabry. Messi, Ronaldo, Renate. Cap de Vier, Cavalho. Ja. Leop. Och, der Mann hat so viele Coins schon in die SBCs reingescheppert. Hilfe. Hat Nakata, den er aber leider nicht spielt. Elf Vorlagen in Nakata. Wahrscheinlich für die Aufgaben. Schmeißt mal Renato Gold raus und spiel mal in Nakata irgendwie. Viel cooler. SBC süchtig, der Mann. Wirklich. Aber dann ziehen wir ein bisschen vorder. Oder einen weiteren Hero. Salah. Bremer. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus, meine Freunde. Sieht nicht gut aus. Robert. Oviedo. Ruben Dias. Robert. Trent. Milinkovic. Das ist mit das Schlechteste, würde ich sagen. Nächstes. 84 plus Pack. Verbindung ist nicht ganz so gut. Und wir spielen auf PS4, wie man am Menü erkennen kann. Oder ist Shareplay abgeschmiert? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ne. Ist das PS4 Menü. Ja, okay. Das war noch so ein Swap-Thema. Nicht so schlimm. Wir gucken einfach mal, was drin ist. Ich will jetzt nicht so lange im Menü chillen. Weil, ihr seht das. Es ist weder das Schnellste, noch das Stabilste. Viel Glück. Nächstes Sander Finanz Plus. Wieder kein World Cup Hero. Aber. Trippier. Oh, oh. Also bisher. Waren die nicht so geil? Wieder Haarland. Und kein weiterer Walkout. Hilfe. Nicht gut, leider. Hm. Neuer Tag. Neues Glück mit weiteren 20x400 Plus Packs. Wir gehen rein hier mit Johann Kreuf und Roten Salah. Johann Kreuf wahrscheinlich aus einem Icon-Pack. Was machen Sachen? Ja, das ist eine gute Frage. Gucken wir mal, ob wir endlich wieder einen weiteren Hero ziehen. So ein Yaya Touri wäre doch mal was. Auf geht's. Viel Glück. Oha. Passt du, Glory? Millik. Leider 3 Sterne, 3 Sterne. Polen. Ja, könnte ganz gut sein. Muss aber auch nicht. Was haben wir sonst noch? Manet, Kanté. Oha. Oviedo schmeichelt. Also zwei weitere Spezialkarten. Manet, Ederson, Kanté. 3,89er. Groß, Müller, Bruno. Und noch Doppelte. Okay, nur noch 84er. Also damit kann er auf jeden Fall noch ein Icon-Pack machen. Absolut easy for free. Das ist ziemlich gut. Chili, Konkanté mit Holland-Wappen. Nett. Das sieht aus wie Neo ein bisschen. Cooles Team mit Desair und Ito. Sehr, 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 sehr geil. 8.000 Münzen noch, der Niklas. Ich habe ihm gesagt, ich ziehe ihm was Gutes. Er soll bei mir öffnen. Ja, ich habe es gesagt. Oh, nee. Wieso ist es immer Kampus? Es ist immer derselbe Dulli. Aber trotzdem. Boah, Junge. Was ein Pack, Alter. Lukaku, Millik, Zakaria, Crouch und Kroos und De Gea. Junge, was? Ich habe ihm gesagt, ich ziehe ihm was Gutes. Geil, Alter. Was sehe ich denn hier? Und noch Kroos und De Gea. Zakaria, Kroos, 300k, ne? Junge, what? Wie geil ist denn das Pack, Alter? Das ist ja insane. Bestes Pack ever. Das kriegen wir heute nicht mehr geknackt. Zwei Heroes und vier Pass to Glory in einem Pack. In eins Pack. Junge, 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 Junge. 13,85 Plus Karten. Muniain hat einen schönen neuen Bart bekommen auf seinem neuen Bild. Alter, wie krank. Das ist ja absolut insane. Imagine, einer der beiden Heroes wäre jetzt noch krass gewesen. Imagine. Imagine. Das wäre ja geisteskrank. Plat aber auch cool. Hab sonnen Krawatte. Also nach dem Hammerpick gerade, kann das eigentlich nichts mehr werden. Ihr seht, wir sind schon wieder auf PS4 unterwegs. Al-Oweiran und Haaland sind, glaube ich, Untrade. Ja, da muss man, also da muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Al-Oweiran hat er aber noch. Vielleicht lag er nochmal rein. Er könnte noch eine Abwehr, also ein bisschen was in der Abwehr gebrauchen. So ein Lusio oder so ein Kavalio wäre natürlich richtig gut. Schauen wir mal. Viel Glück. Gold Karte. Oblak. Bewertung ist okay. Da kann noch was hinter sein. Aber halt keine Special mehr. Vielleicht noch ein 85er Special. Ja. Manet noch. Navas. Plata. Wach an. Ja. Auch geht so, würde ich sagen. 89, 89 ist aber auch stabil. Nächstes. Und wahrscheinlich eines der letzten Packs von den Zanz2484 Plus, was wir haben. Auch fürs Video. Ja, sieht cool aus. Bisschen wenig Chemie. VfB Stuttgart Fan. Gucken wir mal. Auf geht's. Park to Glory. Lukaku. Big Rom. 880 Bewertung. Ist ganz geil. War auch Indien ganz cool. Kostet halt nur 80 oder 60k oder so. Trend, Silver, Barella, Skrinha. Militao noch doppelt. Hast du den vielleicht untrade? Ah, hm. Also, kein... Finde ich auch nicht so ein gutes Pack. Wir hatten echt wirklich richtig krasse und wirklich so... Das sind halt meistens die Durchschnitts-Pack. Da wisst ihr zumindest, was er ungefähr kriegt. Weiter geht's. 24.80 Plus. Wir geben uns immer noch nicht auf, meine Freunde. Schönes England-Team. Mit Neymar, Van Daigo und Ronaldo. Da sind ungefähr sein... Da ist ungefähr sein Main-Team. 292.000 Flocken noch. Rudi Völler. Salah. Trippi. Nicht mal. Madison. Ja, okay. Ist auch in Ordnung. Haben wir sonst noch? Plater, Neuer, Kroos, Brozovic. Ja, doppelte... Oh, noch ein Van Daik. Tauschbar. Yes. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Van Daik hat gerettet. 170K. Das ist mega für dich. Doch, finde ich ein super Pack. Durch Wölscher Van Daik finde ich super. Durch Wölscher Van Daik finde ich super. Vor der hast du auch noch ein bisschen genug. 1, 2 Special Karten. Ist geil. Akazuki 157. PS4? Oder warum lädt es so lange? Wahrscheinlich. Kennbar mittlerweile. Kennbar mittlerweile. Fatih. Korea. Lahm. Robert Tone. Cavaglio. Ganz cool. Cavaglio müssen wir mal upgraden. Premier League Version of Cavaglio. Auf geht's. Komm. Nochmal gönnen hier. Nochmal gönnen. Mbappé. De Bruyne. Ja. Gut. 91er. Ich glaube ich die höchste Bewertung bisher. Mega. Und? Kimmich, Bruno, Oviedo. Den hat man echt oft drin. Doppelte. Also 91 ist natürlich gut. 89 auch. Aber sonst bisschen, bisschen, bisschen wenig in der Mitte. Ein paar wenig 85er, 86er. Oder so. Schade. Schade. Also sind okay. Aber für 10 Tokens lohnt es sich. Finde ich irgendwie nicht. Am Ende. Ciao. Bis zum nächsten Mal.